Das ist Thomas Weber. Ich möchte Geld anlegen und damit etwas Sinnvolles tun. Und das ist Binta Diouf aus dem Senegal. Binta braucht, wie viele Unternehmer, irgendwann einen Kredit. Doch die nächste Bank ist weit weg in der Stadt und eine Kleinbäuerin bekommt dort sowieso keinen Kredit. Ein Kredit für Binta, das wäre doch eine sinnvolle Aufgabe für mein Geld. Aber wie soll das gehen? Darf ich vorstellen? Eukokredit, eine internationale Genossenschaft. Unsere Anleger wollen mit ihrem Geld benachteiligte Menschen unterstützen. Deshalb geben wir weltweit Kredite an Unternehmen. Zum Beispiel an eine Kleinbauerngenossenschaft, die Maschinen anschaffen will. Oder an eine Mikrofinanzinstitution, die Menschen wie Binta Kleinkredite gibt. Ach, Eukokredit gibt mein Geld gar nicht direkt an Binta? Nein, nein. Unsere Partner vor Ort wissen ja viel besser, was die Menschen dort brauchen. Aber kommt mein Geld auch dort an, wo es gebraucht wird? Ja, denn Eukokredit hat weltweit eigene Büros. Die prüfen sorgfältig, ob die Partner soziale Ziele verfolgen und ob die Kredite Menschen wie Binta zugutekommen. Und wie kann ich dann meinen Kredit bekommen? Vom Mitarbeiter der Mikrofinanzorganisation. Er kommt ins Dorf, erklärt, wie Kredit und Zinsen funktionieren und berät in wirtschaftlichen Fragen. So kann Binta einen neuen Hahn kaufen, die Hühnerzucht ausweiten und mehr verdienen. Davon werden neue Mikrokredite vergeben. Aus den Zinsen deckt unser Partner seine Kosten und zahlt sein Darlehen verzinst an Eukokredit zurück. Aha. Und was macht Eukokredit damit? Wir vergeben neue Kredite, zum Beispiel an eine Kaffeebauerngenossenschaft. Aus den Erträgen finanzieren wir unsere weltweite Arbeit. Und es bleibt noch eine Dividende für die Eukokredit-Anleger. So haben beide Seiten etwas davon. Unsere Anleger und Menschen in Entwicklungsländern. Und in dieser Nähe pode, um die Eukokredit-Anleger Salm presents. Bis Zeit Untertitel und in diese Verse Bis zum nächsten Mal енты und erstes erstes als ac ブ